Rund drei Wochen noch, dann startet der FC Red Bull Salzburg in die neue Meisterschaftssaison. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und das Trainingszentrum in Tagsam wird immer voller. Denn Bullencoach Roger Schmidt kann jetzt wieder auf die Spieler des österreichischen Nationalteams zählen. Neben Urgestein Christoph Leitzgeb, der seinen Vertrag ja bis 2015 verlängert hat, ist auch Jakob Janscher mit vollem Einsatz dabei. Der 24-jährige Mittelfeldmotor hat sein Gasspiel bei Dynamo Moskau beendet und ist nach Salzburg heimgekehrt. Die ersten Trainingseinheiten mit seinen neuen Mannschaftskollegen absolviert derzeit Jordi Reyna. Der schnelle Supertechniker aus Peru ist vor wenigen Tagen erstmals ins Bullentrikot geschlüpft. Ich bin sehr glücklich in Zukunft für Red Bull Salzburg spielen zu dürfen, da sich alle hier sehr um mich bemüht haben. Ich will mich selbst weiterentwickeln, meiner Mannschaft helfen und alles dafür geben, um Meister zu werden. Ja, die Reyna und Co. wollen den Meisterzähler um jeden Preis zurück an die Salzach holen. Dafür schwitzen die Bullen derzeit im Trainingszentrum in Tagsam, um in rund drei Wochen dann bestens gerüstet zu sein für den kommenden Titelkampf. Titelkampf Bis zum nächsten Mal.